So Leute, willkommen zu, ganz genau zu GTA San Andreas. Ja liebe Leute, ich möchte gerne, ihr wisst, ich spiele offline, weil, scheiße, muss ich nochmal raus aus dem Menü. Ich muss das Internet deaktivieren, Augenblick. Lassen wir erst mit installieren. Boah, das wäre jetzt der Controller. Wurden die neuesten Software gefunden. Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern tut. Ich glaube nicht, dass es ein paar Gigabyte sind. Obwohl es schon ein paar Gigabyte sein könnten. Ja, ja, ja. Also ich dachte, es hat mich jetzt total verdrückt oder so. Ein Kilobyte. Wisst ihr was, ist es jetzt ein Megabyte oder ein Gigabyte? Ne, also Gigabyte ist es nicht. Megabyte glaube ich ist es. Ihr wisst ja nicht, dass wir bei dem Spiel noch ein Update machen. Naja, es ist auch berühmt, ist ja klar. Ich will aber erstmal noch aus dem Menü raus im Internet zu deaktivieren. Aus dem Grund, weil ich mich nicht online stellen will. Ich spiele nämlich offline. Also alle drei ganz öfter Auslandsspieler. Das heißt, ich muss nochmal raus. Internetstatus. Einstellung. Netzwerk. Internetstatus. Netzwerkeinstellung. Internetverbindung. Tut mir leid Leute, aber ich spiele das nicht online, weil das mir nicht so gefällt. Ich will bestimmt euch gerne offline Quatsch bauen, so ist es ja Minecraft auch gewesen. Okay, einmal hatte ich... hatte ich ähm... Einmal hatte ich online Minecraft gespielt, aber das war nur ganz kurz und... Ne, das ist nicht so mein Fall. Muss ja nicht immer geil sein, die Wahl, Leute. Ganz genau. Und nun starten wir wirklich Rockstar Games. Und Leute, nur als wir als kleiner verfickter Beweis die Knappen verschieben. Jetzt... Ich weiß aber wie im Pausenmenü eingeben muss, oder... Ob das irgendwie etwas zu tun hat. Ich kanns nicht sagen. Ja. Drücke X zum Fortfahren. Augenblick. Spielstarten... Optionen... Spiel... das haben sie wirklich erneuert. Sehr witzig, wenn wir in ein paar Spielstarten laden können. Hoho, das ist ja cool. Ich hab das damals vor 2000... Ich hab das Spiel letztens vor 8 Jahren oder 7 Jahre... Fast 9 Jahre letztens gezockt. Und... Ich will auch ein minderjähriger Wolf in der Eltern. Ich hab das nicht... denn das Spiel... Aber das Spiel hat so viel Shields, ey. Da kannst du die Gama wie Spiel wie umgucken, ja. Hahahaha! Ja, die Scheiß-Hölle wachsen ja auch immer, ey. So... 1992. 1992 Und wow, erstes mal kein scheiß Drachenspiel, wo Spider-Care abgehend tut. Ja, das ist zu spät. Ja, die Kakteen, die versperren jetzt die Schrift. Ja, witzig für den Imperial 2, wer ich da von früher noch finden würde. Aber das war auf der Playstation 2 damals. So... Also, liebe Leute, ja... Äh... Na klar doch. Okay... Ihnen ist aber nicht bewusst, dass er da wie doofa stehen tut. Jetzt denkt man, das ist wie Minecraft Hardcore Version. Okay... Hey, das ist mein Paper, man. Das ist Money. Das ist Money, Alter. Juvie, man. Ja, und ich schreibe dir eine Überschrift rein als ich mit Schiedspieler. Deshalb hab ich ihn sehr nett hier auch ausgestellt. Alter... Watch your head. Ah! Oh, my bad. Die freuen sich hier noch gerne. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Dämliche Mexikaner, ach du Schepp. Hey man, my bad. Nein. Dann sagen sie, du brauchst ja nicht mehr den Koffer. Alles klar. Fängt ja schon mal lustig an, Leute. Äh... Äh... Oh, schöne alte Verinnerungen, ey. Ja, ich denke so. So, was noch hast du, Sheikon? Nein, 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 die von erstmal hier, aber... Hier ist doch irgendwo die Hauptsiedlung. Oh, Spawn-Train. Spawn-Train. Ja, jetzt fahr ich dagegen, Alter. Ja. Ich weiß es, ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich in den Knast oder... Ich meine, das ist neun Jahre her, die mit dem Spiel spielten, aber... Ich hab das Spiel vor neun Jahren, das ist ein Song. Du hast schon fast ein Jahrzehnt. Ja, ja. Zwei-Tau-Nee. Ja, 2009. Vor neun... Fast neun Jahren. Nein, 2009 gab's keine PS4. Oh, ist doch nicht in der Fakeness. So, jetzt muss ich mal in den Schittigenblätter. Ich... Ich schreib erstmal... Ja, das Fahrrad setzen wir uns nicht drauf, liebe Leute, weil ich hab nen gemeineren Plan vor. Hehehehehe. Ich guck erstmal... Wagen... Muss ich muss... Muss ich nicht hier schnell der Lanzer mal eingeben. Ich versteck mich erst mal irgendwo, erst mich hier hinter den Stür, wie ich's hier seh'n. Ähm... Ähm... R1... Ach Mist... Kreis... Kreis... Okay, lassen wir's mal da boxen. Ist ja ein bisschen zu einem Spiel. Kreis... Kreis... R1... Kreis... R1... Links... R1... Ey... Oh, so gemein hat zwei ich fortzei', Alter. Sorry. Kreis... R1... Kreis... R1... Links... Ne. Kreis... R1... 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 Lings... R1... 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 iation... Hm... Warte mal... Müllwagen... Nochmal... Ich hab beide Bilder aber... raste... auf dem Handy... du musst das im Pausenmodus machen... Nee... Nöaval... Kreis... R1... ハaiis... R1... R1... Ehhh... Augenblick! Wir haben ja letztlich Leben, das ist ja nicht wie bei Banjo-Kazooie. R1, Kreis, R1, Dings, R... Wo ist denn hier? Kreis, R1, Kreis, R1, Dings, R1, E1... Warte mal, muss man das in ein Pausenmenü machen? Warte mal... Ich muss immer mein YouTube-Tutorial, ich versuche andere... Vielleicht gebe ich da irgendwas falsch ein... Nur erstmal... R1, R2, E1, X, Kreis runter, Hof, X, Kreis runter, Hof... Hm... Ich wies nicht, warte mal... Wenn ich schaue mir nochmal ein Tutorial an... Kreis, R1, Kreis, R1, Dings, Dings... R1, R1, Kreis, Dings... Hä? Oder muss ich statt nicht mit der... Ich gibt's ja, ich gibt's ja... Ich gibt's ja wieder ins andere, warte mal... Ehen Versuch habe ich noch... Das ist... Okay... Jetzt bin ich gebückt... Leute, ich muss erst mal überlegen... Also... Oder ist das mit... Ist das mit der Taste hier... Dann können wir das wieder... Oh, nochmal... Kreis, R1, Kreis, R1... Links, Links... R1, R1, Kreis, Dings... Ne... Ähm... Ich breche nochmal ganz kurz ab... Und schaue mir mein Tutorial an... Wie man Cheats aktiviert... Wir sehen uns sofort wieder... Bis gleich... Leute, also mit den Cheats... Das haut nicht hin... Da könnten sie auch schon rausgenommen haben... Wir werden das jetzt hier regulärre stampfen... Jo... Vielleicht klappen die ja irgendwann mal... Aber ich... Mal gucken... Vielleicht hat sie ja noch die erste Mission... Und ich will dann wissen, dass wir hier ein bisschen... Die Sicht ein bisschen besser entstellen würden... Weil die Sicht ist... Warte mal... Und der Kamera... Das ist ja wirklich ja scheiße... Das heißt... Inventieren... Ja... Also die Kamerasteuerung... Wie ist ein... Jetzt... Boah... Drücke und halte... L2 drückt... Um fortzusetzen... Drücke L2... Drücke RL2... Ähm... Okay... Boah... Die PS3-Stellerung ist... Ist ja wirklich verkorkst, ey... Naja... Okay, auf geht's... Wo müssen wir jetzt lang? Hallo? Ist dir weh? Da ist schon ein Haus... Ähm... Lasen... Wohne mal dahin... Uah... Weg mit dem... Spermüll hier... Mit dem Spermüll... Auch hier... Ups... Ich seh jetzt... Die Sachen können jetzt rot gehen... Das ist nicht wie bei Minecraft... Wo man alle Teile machen kann... Hä? Ich will... Ich fühl auch... Alter... Ich komme ja nicht weg, oder? Alter... Wurzelt ansprechende Kind durch, Alter... Okay... Moment... Ah... Das ist ja ein Kaufscheiß... Oh... Ja... 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 Das ist ja nur zum Kaufen... Hm... Hm... Das hätten wir mir auch früher verraten können... Ey... Wow... Okay... Jetzt müssen wir nach CJ... Die fallen einfach mal... Sachen... Also Leute... Wie ich seit neun Jahren nicht mehr... Jetzt sagt... Ich fallen einfach mal irgendwo lang... Ich bin ein ganz neuer Stil... Wie der hier irgendwo einfach mal hin möchte... Ah... Scheiße... Da ist die Autobahn... Dreck... Hahaha... Los... Spring... Uah... Ich hab auch schon auf den Husten... Alter... Stubico... Scheiße... Oh Leute... Also wir nach uns vermögen... Ja... Das ist echt... Scheiße... Mein Fahrrad... Das ist die Stimme... Alter... Und dann ist man hier noch neu im Land... Ach du Scheiße... Ja... 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 Haha... Leute... Ich hab seit neun Jahren nicht mehr erzockt... Alter... Aber ich glaube ich werde das Part 1 hier nehmen... Hallo... Fahrrad... Fahrrad... Komm schon... Boah... Drücke... Um deinen V8 zu verlassen... Wow... Leute... Wir sind mal durch... Hallo... Hat das Nervenzusammenbruch der Jamster? Ach du Scheiße... Hat ein Nervenzusammenbruch... Hm... Stop it! What are you doing? Carl... Brian... Stop it! Boah... Das ist ja ein bisschen... Wie wir bist in halt... Mit der Stimme... Das ist weg... Genau... Geschichten... Boah... Okay... Jetzt kriegt er erstmal einen Nervenzusammenbruch... Das ist nicht gut... Weil... Werden wir schon mal darüber reden... Ähm... Ich sag's mal so... Mit dem Schläger... Alter... Wurde von der Politei rausgeschmissen... Ich sag's mal... Ich sag's mal... Ich sag's mal... Ich sag's mal... Das ist doch... Machen wir kurz... Aber... Jetzt können wir jetzt kostenlos gehen... Ich sag's mal... Lass uns rein... So... Jetzt dürfen wir nicht mehr.... Jetzt dürfen wir nicht mal das Haus einfach als Spawn-Polver haben? Du wanna fahren? Yeah... Das ist cool! Nice a car, Smok! You know me... It's not cut... Keep the value and... Keep it real... Woah... Er fällt schon los... Oh, ich wollte irgendwie jetzt in Spawn Place bleiben, ey. Scheiße, 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 was geht hier ab, Alter. Ihr wollt jetzt... Kamera? Okay. Achso, das sind Kumpels von mir. Ich würde ja das Spawn Place gerne jetzt mal kriegen. Ich kann sowieso kein Englisch. Also, die Englisch kennen Leute, die sind jetzt klaren Vorteile. Jetzt drehen sie alle durch, ey. Spawn Place. Ich muss aufpassen, dass die Kamera auf oben nimmt hier, bevor ich den verpassen. Mir schnell etwas passiert. Oh, Spawn Place. Wo bist du? Oh, Scheiße. Ja. Äh, also, ist das nur ein Spiel oder ist das ein Kinofilm? Ja. Ja. Juhi! Ach, jetzt geht das mit Ballern. Uäh. Na dann komm, den haben wir mal. Ich fahr mal vor. Ach, jetzt kommt die Baller-Section. Ich fahr mal vor. Ich fahr mal vor ihr, ey. Ich will sie, wo's lang geht. Ach, du... Uäh. 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 Ey, Ustio, Alter. Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich gemüs- Oh, jetzt bin ich das. Außer geförscht. Der hat sie auch einfach vor mir gestellt. Ähm, letzten Checkpoint nochmal versuchen, aber logisch. Jetzt haben sie ja wirklich ein bisschen weiterentwickelt auf der PS2. Ich glaub, bei der PS2 würde es jetzt im Krankenhaus gespawnt werden. Ähm. Es war noch nicht vorgeladen, aber okay. Kann man die Video-Sequenz noch irgendwie überspringen jetzt, weil ich würde die normal zeigen. Juhu, denn sonst hat mir ein bisschen zu lange gedauert jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich die Sequenzen überspringen, liebe Leute, weil... Dann sitzen wir noch bis morgen hier bei den ganzen... Blablablablablablablabla, bevor der Fania's losgeht. Mhm. Augenblick. So, jetzt ist aber wirklich hier los. Wir müssen die nochmal anschauen, denn das ist Blödsinn. Also, ich meine, okay, wir Leute, die... die jetzt nochmal sehen wollen... Hallo? Ah, jetzt sieht's los. Halt, das muss ich... Ach so, der neue Auto. Also, irgendwo jetzt in der Hauptstraße die Kurve rum. Und das noch in der Spawnplace... Bäh. Ach, shit. Bevor die Stirbys jetzt hier erscheinen. So, und jetzt hier irgendwo... Ich fahr mal am besten hinterher, hinter, weil... Das ist ja kein Abi hier. Das ist ja... Das ist ja scheiße. Das ist ja irgendwie... Gott, jetzt fahr ich jetzt. Jetzt fahr ich in der Abkürzung. Ach, das ist die Krampel hab ich nicht kriegen durch. Ah, uah, scheiß Baum. Da oben. Fuckin' tree! Alter! Jetzt fahrt der wirklich eine scharfe Kurven, Alter. Na komm, ich geb euch ein bisschen aus hier, mal. Uah, da kommt der Stüri hier. Ich komm mal lieber ab. Tschüss! Nein! Haha, uah! Ja! Aude, he! Aude, he! Bäh! Steckt voll in Sicherung. Oh, das hört sich gut an. Ne, 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 ne! Ich stürb, hier bist du lang! Hallo? auch da wäre lange wenn man hier eine kleine ach du bleib weg du Fußhänger tut da alter ja ich versteh dich nicht wenn du so schnell redest dann fahr doch vor alter dann fahr doch einfach vor ich will ja nicht sagen weil es ja weil es denn relativ im uhr nicht der fall ist aber vor der stuhr wieder uns kommt der winzer will die fresse polieren und tschüss die also es wäre mehr schnitt wenn sie ja da ja kasselberge ich bin froh dass sie nicht in den fucking alpen wohnen so wie es Alpen als fucking bezeichnet habe aber wenn wir ja Bergfahrten sind das schlimmste fahrer aha die stiubis die bonus kriegen schnell fahrste fahrse ich bin erst anziehst du fahrste 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 es war keine glanzleistung aber ok mal kurz in Kart ja Leute willkommen zurück also die Sponplätze sind noch nicht aktiv Wenn wir eine Hood Rats nennen, dann Spawn spielt hier auch eine Rolle. Ja, Steubi, alles klar. So, sie haben eine Trophäe verdient, es geht los. So, und jetzt gucken wir mal, unser Spiel, so, und jetzt haben wir eine leise Wohnung, jetzt, aber ich würde nichts, äh, ich würde eigentlich wieder reingehen, Augenblick hier noch, bevor wir die Welt erkunden sind, naja, hier lieber nicht, du kannst gleich raus, wenn wir bloß nicht die ganze Wohnung hier kaputt machen, machen wir den mal auf den Treppenstock hier, so, jetzt nochmal, mhm, 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 r, r, r1, nehmen wir den zweiten, warte, r2, r1, r2, links, 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 ok, steht zwar nicht hin, warte mal, r1, r2, r1, r1, r2, r1, r1, r2, r1, 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 x, Kreis, hoch, runter, ach, ich bin einfach ohne Schietz, scheiß doch die Wand dann, scheiß doch die Wand voll, denn Stücken weint ohne Schietz. gut, so, benutze die Richtungstasten, hm, wir gehen, wir, wir gehen mal später in Kurven, zuerst will ich mal ein bisschen die Welt erkunden, oder ist das, also ich hab noch einen Versuch, ich hab noch, ähm, einen Versuch, ich könnte noch mit den Dings tasten, r, r1, r2, r1, x, Kreis, runter, hoch, Kreis, runter, hm, 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 hm Schocko. Der 1, der 2. Ne, wir gehen ohne Sheets. Wir gehen ohne, wir ballern da. Wir spielen das in der Story so jetzt. Ähm, ich mach nochmal kurz einen Cut, Leute. Wir sehen uns dann sofort wieder. Ich hab ihn mal erkundigt und die Sheets sind rausgenommen worden. Woxstar Games hat da geschrieben, ist ne mobile Version und ähm, da haut irgendwas nicht hin. Ich wollt eigentlich schon reich werden, aber okay. So. A1? A1? Hallo Sheets? A1? A8? A2? A2? A3? 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 A8? A8? A3? A3? A4? 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 A9? A7? A3? A3? A4? 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 A40? A4? A8? A4? A4? A10? A3? A7? A4? Ay? A Milch. A1! A9? A8? A9.A Ja, freundlich sieht die Garage gerade nicht aus, aber es geht. Dann gucken wir uns mal jetzt nach den ersten, ich mache jetzt mal einen richtigen Cut und sehen uns ein paar zwei wieder.